Welcome to Kroonys YouTube Channel! Leave your like! Yo, wunderschönen Geburtstag! Kroonys hier am Start und wir machen heute wieder ein Pinguin Opening. Ich habe probiert eine Runde TFT aufzunehmen, aber der Onze tut mich aktuell so ablenken, dass ich irgendwie keine Runde gewinnen kann. Keine Ahnung, was heute los ist. Deswegen machen wir hier mal ein Pinguin Opening. Ich will ja sowieso noch den einen oder anderen Pinguin in Level 3 haben. Hier haben wir den Onze auch mit dabei. Sag mal, hallo! Echt News, dass ich dich ablenken kann. Doch, doch, der Onze lenkt mich absolut ab. Wir hätten gerne den Downkrieger auf 3. Wir hätten gerne den Eistut auf 3. Wir hätten gerne den Kain Downkrieger auf 3. Also, ne? Kramfürst, den oder den. Boah, das wäre so lecker. Ich habe aktuell nur den hier auf 3 und noch ein paar von denen. Also Maulwürfe habe ich zwei Stück auf 3 und von diesen komischen Dingern habe ich zwei Stück auf 3. Ich hoffe, jetzt sind mal wieder Pinguis dran. Wir gehen hier in den Shop und holen uns hier so ein Paketchen für 4.900 Braille Points. Knapp 30 Euro. Natürlich zweite Auflage mit dem Pinguin hier. Gegenstände bla bla. Zack. Rein da. Machen wir jetzt genüsslich auf. Zehn Stück. Will ich euch natürlich teilhaben lassen. Letztes Video kam auch echt gut an. Also von den Likes, Kommentaren her und so weiter. News könnten natürlich noch ein bisschen knackiger sein, aber vielleicht kommt das mit der Zeit. Jetzt drückst du mir die Daumen an. Ja. Die Leute müssen auf jeden Fall auch die Daumen drücken. Bitte. Hey, nein. Das erste direkt Maulwurf. Ne. Da will ich doch direkt schon nicht mehr weitermachen. Ach, der Rettung gleich nur auf 2. Aber der Baubwurf an sich sieht eigentlich cool aus, gell? Er gefällt mir. Ja, ich bin auch ein Fan von Maulwurf. Gefällt mir besser als... Ach, nein. Der ist wohl der schlechte. Mit Abstand. Mit Abstand das schlechteste, den wir beziehen können, den kriegen wir natürlich auch. Oh, ne, kriegt wir auch noch in 2. Was ist denn hier los? Oh, Mann. 2 Mal in Folge die gleichen. Ey, was? 3 Mal in Folge die gleichen. Was? Was sind die Chancen? 1 zu 18 oder so? 3 Mal in Folge die gleichen. Das gibt's so nicht. Und den schon wieder. Und schon. Sag mal, du hast 6 Eier aufgemacht und nur 2 Viecher bekommen. Und der ist sogar hier episch. Ey. Ja, aber den finde ich sogar ganz cool, würde ich ehrlich sagen. Finde ich cooler als die anderen. Der hat eine pinke Aura. Ja, die Aura ist halt noch so nice. Ja, komm. Ja, den normalen Pingu auf 3. Ey, ich habe es jetzt nur 3er bekommen. So nix anderes als 3er. Und noch keine andere neue dazu. Nur 3er. Was ist denn? Die ist süchtig. Was ist denn los? Ich wollte den Pingu nicht rausrücken. Nur 3er. Alles 3er außer Pingu ist ja doch ein Pingu. Oh. Den wollen wir aber nicht. Das ist keiner, auf den wir's wetten. Dann kriegen wir jetzt bestimmt nochmal, oder? Oh, ne. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 1 Ei, oder? 1. Oh. Das letzte. Ey, komm. Irgend... Oh, legendären, aber von der scheiß Sorte. Hm. Aber Runes, du hast gar nichts bekommen, was du wolltest. Ja, gar nichts bekommen, was ich wollte, aber... Ähm... Wie viel 3er haben wir bekommen? 3? 3, oder? Ja. Ich glaube 3. 3, 3er bekommen. Ja, beschwert kann ich das eigentlich auch nicht, aber... Irgendwie doch schon, weil ich die Dinger nicht spielen will. So klar, der normale Pingu, den haben wir jetzt auf 3, oder? Ja. Den haben wir jetzt auf 3. Den hier auf 2. Dann haben wir den hier auf 2, ja. Aber ich will den da doch einfach mal auf 2. Aber positiv gesehen, ich kann ja gar nicht mehr viel anderes kriegen. Naja, irgendwann hast du automatisch. Den hier hast du auf 3 bekommen. Also komplett durch. Den spiele ich jetzt aber, glaube ich, auch mal. Den habe ich komplett durchbekommen. Dann habe ich noch welches Ding? Den Standarddinger? Den hier komplett auf 3? Ja. Und den legendären hier. Den hier eigentlich. Weil der legendäre sogar gar nicht schlecht aussieht. Wie sieht der auf 3 aus? Ja, hm. So lavamäßig halt ist schon ganz cool, aber... Gefällt mir jetzt nicht so unbedingt, muss ich ehrlich sagen. Naja, die Dinger hier finde ich auch cool. Naja, also irgendwie, muss ich sagen, komisches Opening. Aber wir haben einen Haufen 3er bekommen. Ich will jetzt mal den Maulwurf, komm. Wir haben mal den Maulwurf. Gut, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Opening. Haut rein und ciao. Haut rein.